hi willkommen zurück zur fünften folge von der kalister protokoll ich bin der doomsday danke mich weiterhin fürs zusehen derjenige diejenigen die mich begleiten wissen was ich bis jetzt erlebt habe und wir müssen jetzt ein werter finden um den code zu kriegen um die lade darauf zu klettern und da schauen wir doch jetzt mal wie es weitergeht also legen wir los mit der fünften folge so das kann ich wahrscheinlich nicht nehmen kann ich doch nehmen wechseln auch mal wieder auf dem revolver auf die schrubbwinde gucken wo jeder werter ist irgendwo hier hinten war immer erst mal hier ein muss das eigentlich dunkel sein das spiel mein gott gibt es echt viele medipacks und das energiewandler kann ich leider nicht mitnehmen oh fabrikado kann ich vielleicht doch mitnehmen hier gibt es echt viel kram ich verkaufe mal hier die warum kosten 12 patronen mehr weniger als 8 patronen ach das ist revolver munition ok ok ah mehr flinten munition mit wird mal genug haben was gibt es hier weiter was tut als freigelegte zentrale verursachen mutationen bei gegnern es fängt an sich zu mutieren freigelegte tentakel sind eine warnung dass der gegner kurz davor ist zu einer stärkeren form zu mutieren mutierte gegner haben mehr gesundheit und stärkere angriffe schieße auf die freigelegten tentakeln um den gegner schnell zu töten stampfe auf gegner auf dem boden um zu verhindern dass sie wieder mutieren und wieder angreifen okay feinbar bin ich auf jeden fall auf dem richtigen weg so was steht schütte den tag ist ja er hat wieder englisch geredet obwohl ich den day one patch so das war der co den ich brauche okay okay bin jetzt einfach nur eine größere runde gelaufen natürlich wir sind nicht allein aber so 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 keine munition bleib tot oh doof, ich wollte schießen, konnte auch nicht Inventar voll Welch belastend dieses kleine Inventar Säuberungsprozess läuft Ah, der unsichtbare Lost us? Nope Oh 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 das ist abgeschlossen was ich mich aber trotzdem frage wie kann es sein dass er verhaftet wurde hat anscheinend eine oder zwei nächte geschlafen und alles im arsch ohne dass der wach geworden ist beeindruckend das glaube ich aber naja ist halt ein spiel war klar das nehme ich gerne mit drucktest abgeschlossen torventil wird geöffnet nicht schlecht rutschpartie mit hindernetzen ausweichen ja alter schwede rutschpartie war war also gemeingefährlich aua au das war übel das war echt übel auch nicht so einfach jetzt sehe ich nichts aber wie weit ist das hätte aber auch eine coole szene alter krass doch ich glaube ich Ohne Paddel, doof her. Wim liegt was. Was ich hier nicht nehmen kann. Außer es sind Credits. Ah. Ich kann hier nicht rennen. Hier haben wir eine kleine Neue. Noch was? Nee. Dann Zugangsseite F813. Weg mit dir. Hupsen du mich. Ah, es war. Ah, ich bin noch einladen. Die habe ich unterschätzt. Das war gemein. Okay, wir heilen nochmal. Die habe ich jetzt ein bisschen unterschätzt. Ich muss, mehr Munition wäre trotzdem noch besser für die. So, da habe ich jetzt viel Schuss. Schauen wir mal die. Okay. Okay. Ich halte die mit zwei Kompos von denen. Kannst du mich? Ich habe nicht mehr so viel Munition. Auf ihn bitte treten. Danke. Alter, ist hier irgendwo ein Nest? Nein, gut. Mach mal auf. Lager. Boah. War nicht der richtige Weg, oder? Glaub nicht. Warum ist denn eine Kiste? Was bringt die Kiste? Ah, da sind das Schacht. Ich glaube, das ist der richtige Weg, oder? Kann das sein? Ja, weil jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das ist zu hoch. Na ja. Hier ist dunkel. Da muss ich aber nicht runter, oder? Ah, wahrscheinlich doch. Ich habe das Gefühl, ich komme immer tiefer. Hier ist eine Leiter. Ah, aber hier geht es auch nicht weiter. Dann muss ich wohl da runter. Dann gehen wir doch mal da runter. Gut, dass man noch keine Großfernseher erfunden hat, ey. Womit das wieder auf den Sack geht, dann muss gleich kaputt. Was ist hier passiert? Wahrscheinlich hat Jacob ja am Anfang eine Speziallieferung gehabt, aber war das bestimmt drinne. Geines Arschlochvieh. Das schreckt mich doch nicht so. Ah, nur ne? Echt, will er da jetzt durch? Boah. Hat aber auch dicker Eier, der Junge. Hm. Ich bin da nicht durchgegangen. Ich bin da nicht durchgegangen. Ich bin da nicht ganz gut aus. Waffe, ich bin da nicht durchgegangen. Ich bin da nicht. Ich bin da nicht durchgegangen. Kann halt nicht. Ich benutze meine Telekinese eigentlich sehr selten, kann das sein. Wollen wir mal öfters einsetzen. Loll, ich bin im Kreis gelaufen. Dann war es nicht der richtige Weg. Dann geht es hier runter. Okay. Ach du Scheiße. Sieht aber schon cool aus. Aber da unten sieht es nicht so geil aus. Boah. Alter, genau da brauchen wir jetzt hin. Hörst du mich? Klar und deutlich, Mann. Und gutes Timing. Bin auch gleich da. Ich sehe die Bahnstation auf der Abbreitseite. Wir treffen uns dort. Nicht so schnell. Siehst du das Gebäude als Sauerstoffverarbeitung? Da drin ist die Sicherheitsstation. Du musst da rein und die Abregung der Kuppel aufheben. Vorher kann ich die Bahn nicht rein trauen. Ich dachte mir schon, dass da noch was kommt. Hm. Nee, leuchtet nicht blau. Was? Überall diese Eier. Diese Geräusche. Der ist ungeil. Aber ich muss nach links auf jeden Fall. Hm. Wenn ich zurückkomme, kümmerle ich mich um den. Ich hole den Code von einem Werther. Freie Auswahl. 845. Ey, da fehlen 5. Hm. Verkauft der da alles, oder? Ah, komm. Mehr Schaden. Druckfuhrverwendung überprüfen. Qualitätsprüfung bestätigt. Gut. Und dann wäre Schadenfall. 2700. Boah. Das ist ja übel. Ich brauche mal ja richtig viel Geld. Botanik. cool gemacht scheiben müssen sie mal putzen ah Böse Fächer. Kein Code für mich. Wie, das war es hier? Äh? Bisschen Code eingesammelt, ne oder? Ah ja, klar. Was sie weiter machen können, auch ohne Kopf ist echt hart. Echt? Geht gar nicht. Ah ja, klar. Oh Mann. Okay. Da ist ein Staffel. Ey, ich kann ja nicht luden. Doch. Ich habe ihn noch nicht. Also hier lang. Aber schön zu wissen, dass da Staffeln sind. Das werde ich gleich brauchen. Oh Mann. Komm her. Bitte, was? Gibt nur einer. Alter Au Dieser scheiß Spucker, der geht dann echt auf die Eier Also man kann nur einen an die Wand dran nageln Oh, jetzt muss ich die linke Seite auch noch mal machen, oder wie? Oh, wir machen das noch mal schnell Oh, wenn jetzt nicht wirklich was wichtiges dabei war Das ist ja erstmal egal Außer Geld Wahrscheinlich Es ist so nervig hier Oh 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 Moin, 35 Ne, das Leben Hm Sneaky Attack Weg Ja, natürlich Dreht schon Ruhe Ich werde aber auch die Schrubflinde nehmen Ach ja, da war noch einer Oh, er ist tot Okay Einigen mal wieder auf Scheiße War noch da ist so nervig 102 erstmal was hat der jetzt gesagt ich habe da jetzt verstanden die schroth munition habe ich noch 10 jetzt sind es 15 habe ich keinen platz alter erschreck mich doch nicht so wenn der doofere auch hier da kann ich hoch das mit dem rauch ist echt böse der ganze boden ist voll mit euren ja ja das aber was hat der raum jetzt gebracht außer die sicherung oder ach musste bestimmt das austauschen draußen wartet was auf mich alter immer hier durch auch jetzt bin ich drin oder ich würde gerne meinen rucksack vergrößern wait what ich habe den voll noch nicht verbessert bin ja gestorben aber ich sehe gerade das wäre auch interessant 600 machen wir die revolver besser statt den stab ab und mehr magazin größer und beim nächsten mal machen wir dann den stab den schaden 260 habe ich noch 1800 1800 fürs letzte ok ok gut dann würde ich sagen soll es das gewinn sein mit der folge in der nächsten folge sehen wir dann wie ich den code eingebe und es weiter geht würde mich natürlich freuen wenn er da wieder einschaltet oder siebten folge wo soll man jetzt sechsten folge glaube ich keine ahnung muss gucken ja danke fürs zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder haut rein euer doomsday bis zum nächsten mal macht's gut